Hallo alles, jetzt bin ich schon in Deutschland. Ich habe eine lange Zeit ohne Video gemacht, aber jetzt bin ich ja in Deutschland. Es ist April und es gibt ein sehr großes Problem mit der Corona-Krise, weil alle Leute müssen bleiben zu Hause und ich habe nicht so viele Unterrichter gehabt. Aber ich kann nicht sehr viel sagen. Es gibt viele andere neue Sachen in meinem Leben. Jetzt lerne ich für meine Babysbeibrufung. Das ist am 16. Mai und ich weiß nicht was passiert ist. Ich wohne in einem sehr kurzen Zimmer. Es gibt nicht so viele Sachen. Es gibt viele. Aber ich weiß nicht wo kann ich anfangen. Es ist sehr lange Zeit ohne Videos gemacht. Natürlich habe ich viele neue Momente. Ich wohne momentan mit meinem Freund Cesar. Er ist nett und freundlich. Aber wir haben andere Mitbewohner am Juni. Und was kann ich noch mehr sagen? Letztes Wochenende war Ostern. Das war mein erster Ostern. Nicht mit meiner Familie. Das war ein bisschen komisch, aber nicht sehr schlecht. Und was noch? Nicht so viel. Ich möchte etwas anderes sagen, aber ich weiß nicht was. Okay. Ich glaube, es ist genug für heute. Ich möchte vielleicht morgen oder übermorgen etwas sagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.